Hi! Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Leute, ich stehe hier zusammen mit Revinsight aka MrBizeps aka MrUniverse2009. Richtig, war mal. Jetzt nicht mehr. Wir spielen heute YouTuber-Hangman. Funktioniert ganz einfach. Einer überlegt sich einen YouTuber-Namen. Der andere muss probieren, die Buchstaben, die darin vorkommen, zu erraten. Wir haben das Ganze ein bisschen verschärft, und zwar indem wir die Prozesse verkürzen. Das heißt, man hat nicht irgendwie zwölf Versuche zu raten, sondern insgesamt nur sechs oder sieben. Ihr werdet es gleich sehen. Und als allererstes würde ich sagen, überlege ich mir einen YouTuber. Ich darf ja einen aussuchen zuerst. Du überlegst dir als erstes einen YouTuber und zeichnest an, wie viele Punkte. Ich glaube, das Spiel kennt jeder von euch. Ich habe jetzt länger keine Videos bei mir auf dem Kanal. Ich habe angefangen zu studieren, und jetzt kommen wieder Videos. Ich studiere immer noch. Abonniert. Willst du mich verarschen, Leute? Ihr seht das noch nicht. Aber es sind 15 Buchstaben. Ja, steady. Ein durchgehender Name. Ja. Nee, es sind keine 15. Ich fange mal an mit den Buchstaben. E ist immer drin. Ist ein E drin? Wenn ja, wo? Nee. Was? Ein A. A ist schon mal drin. Hä? Nur ein einziges A im ganzen Namen? Was sind da für Buchstaben drin? Ein N. Nee. N. Es war ein E. Wie wäre es mit einem L? Ein L ist bestimmt drin. Nein. Komm schon. Nein. Gleich hängst du. Ein N. Ja, habe ich schon. Sorry. Das ist jetzt schon. Nein, Leute. Mach den! Was gibt es noch? Ein O. Hey, Leute. Was soll das denn? Das Ding ist, wir haben uns ja am Anfang darauf geeinigt, dass es eine verschärfte Version ist. Das heißt, es wird gleich noch der Kopf gemalt und der Körper und das war es dann. Und die Bestrafung vom gesamten Video ist dann in ein Kaktushaut. Juhu. Regi, wusste es bis jetzt noch nicht. Ich auch noch nicht so ganz. Aber das machen wir. Okay, mach weiter. Boah, Alter. Ein L. Hast du schon. Das ist doch kein L. Das sieht aus wie ein C. Das ist einfach vernünftig. Junge, ein L. Lass dir doch einmal hoch. Schreibst du auch so an die Tafel? Komm, halt es mal. Das ist übrigens als Durchschnittszeichen. Kein Ohr, ne? Das hast du auch gesagt. Klar, ich erinnere mich. Ja. Ich blänze euch mal ein. Durchschnittszeichen ist drin. Ist falsch. Okay. I. Bitte, komm, ein I. Einfach nur ein I. Mehr will ich nicht. Oh, oh. Leute, scheint drin zu sein. Alter Schwede. Ein S. Okay, immerhin, immerhin. Hä? Seis. Seis. Es ist Seis. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn? Ein K. Oh, scheiße. Ich habe noch einen einzigen Fehler, den ich mache. Du kannst es jetzt nicht mehr lösen. Ein M. Okay, scheiße, Leute. Es wird noch mal richtig spannend. M scheint drin zu sein. Smice. Smice. Was toll ist das? Das ist Smice, Alter. Okay, was kommt vor oder nach einem M? Ich habe mich so verschrieben, glaube ich. Danke dir. Ich habe viel zu viele Striche gemacht. Echt? Ich habe es voll verkackt. Leute, nehmt niemals Videos mit Revi auf. Es ist Smice. Ist es Smice? Der Alter, der liebte das Player. Ein T. Nein, als ob eins drin ist. Hä? Smatis. Smatis. Es ist Smatis. Danke für die Unterstützung. Der Smatis-Challenge. Es könnte jetzt halt ohne Probleme ein C oder ein H sein. Ich sage mal ein H. Okay, da ist auch ein C drin. Smatisch. Smatisch. Der Smatisch. Der Smatisch. Natürlich, die neue Apple-Produkte. Der Smatisch, der hat einen Kanal. Ist gerade neu gestellt worden. Kommst du niemals drauf. Das heißt nicht Tastisch zufällig und da müsste noch ein S sein oder so, ne? Komm, ich sage U. Ne, ist falsch. Nein. Scheiße. Un. Hört mal ganz genau hin, was Revi gerade gesagt hat. Sim. Pate. Ja gut, ich habe mich da verschrieben. Aber. TV. Du mieser Hund, Alter. Das ist aber hier falsch. Da habe ich mich halt verschrieben. Ist egal. Deinfach, Junge. Aber das heißt, er ist mit Swag gestorben. Bin ich. Bin ich. Bin ich. Ich habe auch einen Tee zu wenig bei dir dran gemacht. Ich habe das Spiel nicht verstanden. Ist egal. Max, der Punkt geht an mich. Der Punkt geht an dich, glaubst du auch. Ja, Leute, jetzt probieren wir es nochmal mit. In der vernünftigen. Genau. Ich habe ja mal ein krankes Wort ausgedacht. Es war schon ein Schadkopfschwärm. Wie ist die Leute? Ich habe gerade U gesagt am Schluss. Ich blende es euch jetzt nochmal ein. Und Revier hat gesagt falsch. Und es war der allererste Buchstabe. Also ich würde sagen, den Punkt kriegt definitiv nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe so reingeschissen. Oh, ich habe eine Idee. Okay. Ich habe alles verkackt. So, ab geht's. Ich weiß schon nicht mehr. Ich habe gewonnen, Leute. A. A ist leider falsch. Dafür kriegst du schon mal den Berg. Den Berg, Leute. Berg. Boah, Junge. Das sollte man schon für Buchstaben nehmen. E. Ja. Ich bin jetzt finale los, Leute. Was kommt als nächstes? Nee, I ist falsch. Du hast es im Plus mit dem Punkt darüber gemacht. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich sage halt immer Durchschnittszeichen und so gesagt. Voll dumm von mir. S. S ist auch falsch. Es geht schnell, Leute. Es geht echt schnell. Ja, keine Ahnung. Auf geht's. Ein paar Buchstaben. Das ist schon schwierig, was ich hier nochmal bin. Den kennt man definitiv. Den kennt man definitiv. Wie groß? Körpermasse. Weiß ich nicht, ob man es weiß. Oh, das war ein krasser Tipp. Scheiße. Auf geht's. Geberst. Geh. Geh auch falsch. Geh. 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 Es wird spannend, Leute. Vielleicht kriege ich meinen zweiten Punkt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es schonmal nicht Paluten ist. Das passt gar nicht. Ähm. Können immer noch Paluin sein. Paluin. Es kann nicht GOMMA HD sein. Es kann nicht Geh. Geh. Das beantworte ich entweder nicht oder du kriegst, äh. Du kriegst Strafpunkte. Strafpunkte. Boah, Junge. Auf geht's. T. T auch falsch. Hä? Was ist das für ein Mensch? Hast du so einen Strich gemacht oder direkt einen Kopf? Ich hab direkt einen Kopf gemacht. Okay. Du hast einen Versuch. Aber da hängt der gar nicht richtig. Du hast einen Versuch noch zu raten. Ist ja unmöglich. Ich gebe dir einen Tipp. Denk mal an exotische Buchstaben. X. Ist der einzige, der nicht dabei ist. Hä? Es ist nämlich. Ich dachte, Z und Y kommst du niemals drauf. Oh, Junge. Heftig. Dabei ist es richtig kurz. Könnte man eigentlich erraten. Es steht dann. Was? Hä, was denn? Ich krieg noch einen Punkt. Nein. Hä, nein. Gib mir jetzt noch einen Punkt. Fick dich. Wir haben gesagt, wenn man nicht... Fick deine Mutter, Max. Ich boxe dich in den Kackluss. Das ist meiner. Doch. Da haben wir nie drüber gesprochen. Ist mir so egal. Da musst du mit der Zunge drüber lecken. Deins Maul. So, dann überleg dir mal einen schönen Abend. Mach nicht zu krass. Weil sonst kriegst du dein Gehirn wieder nicht hin. Und dann schauen wir mal weiter. Ich muss kurz überlegen. Ich überlege gerade noch. Mach jetzt! Ich überlege gerade. Ich bin noch nicht fertig. Oh, wir können noch ein Minigame am Ende noch machen. So, wir machen eine Zielscheibe auf einer Wandel. Klasse, super Minigame. Ja. Äh, amerikanischer Raum auch? Oder machen wir nur Deutsche? Oder machen wir nur Slaven? Was? Machen wir nur Jugoslawien. Jugoslawien YouTuber. Okay, geh an dir. Äh, A. Komm. A ist drin. Scheiße. Ähm. Kannst du probieren, die Buchstaben gerade zu schreiben? Vielleicht. Sehr gut. Äh, E. Ah, E ist anscheinend drin. Okay. Äh, I. I-N-S-C-O-P-E-21. Inscop 21. Inscop 21. Oh shit, Leute, okay? Dritter Punkt. Wir spielen übrigens bis vier. Halt! Junge! Gib mich auf den Zack mit deinen behinderten Regeln. Hör auf, dir Punkte zugeben. Du hast bisher verkackt immer. Ja! Steht 3 zu 0, Leute. 3 zu 0. Das ist so lächerlich, was hier groß ist, Alter. Ich mach's dir jetzt mal richtig einfach, okay? Nimm easy. Hör auf! Was denn? Ist doch alles richtig? Du kannst nicht einfach. Das sind zwei. Hör auf! Das ist wirklich easy. Ähm. D. D ist falsch. U. Auch? Ungehors machen, ne? Ja. Ja. E. Es geht schnell, ne? I. Easy. Abonniert! Abonniert! Abonniert jetzt! Boah, ich dachte mit der 21 krieg ich dich, ne? Ich dachte niemals 2 und 1. Weißt du, was ich meine? Äh. Hör auf! Was denn? Wir sind nur am Bescheiden, Leute. Stimmt nicht. Ich hab auch so viel zu viel weggemacht. Okay, wir spielen jetzt noch. Aha. Eine Runde, drei, zwei, 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 zwei. Ja, Rewi. Boah. Du kannst jetzt 2 Punkte damit holen. Hm, Leute. Lasst doch ein Like da. Ihr findet jetzt eine Abstimmung in der Ecke. Ja oder nein? Stimmt mal ab. Oh, es geht weiter, Leute. 1, 2, 3. Warte. Ich muss kurz überlegen, wie... Ist der volle Name von denen mit denen in dieser Ende, oder? Ja, jetzt probiert er mich zu verleiten. Warte. Der volle Name von denen ist wahrscheinlich eine Person. Definitiv ist eine Person. Er lacht so, als wäre es richtig. Jetzt wird es wichtig für Rewi. Jetzt wird es richtig spannend, Leute. Ist es das? Zähle nochmal nach besser. Ja, warte. Auch gut, dass du zum Anfang erstmal so legendär verkackt hast. Die Leute haben bestimmt alle abgeschaltet. Ich glaube, es fehlt sogar noch einer. Ich sage... E zum Anfang. Alter. Vorher hättet ihr dann mit den ganzen neuen Seitenbalken, ne? Wir machen jetzt noch eine verschärfte Version, ne? Einmal falsch. Ja, ist ja ein dummes Mal. Äh, I. 1,0. N. Das war ein N, ne? Kein N. Ja, das... Junge, ich muss dieses Ding nochmal neu machen. Komm schon. Irgendwas muss ja vorbei sein. L. Moment. Ich glaube, ich habe ihn wieder verschrieben, Max. Das ist sau das schwierige Name. Du hast sogar nachgezählt. Was hast du gesagt? L, ne? Dafür kriege ich einen guten. Ne. Eigentlich kommt doch vorne im L immer O, U, irgendwas. Was ist das für eine Regel, Junge? Ist einfach so. Wo hast du das denn gelernt? In der School of Arc. Kennst du das Wort? Mlem? Lehm? Hier. Ich nehme ein... Mlem. Oh. Scheiße. Worauf habe ich mich da eingelassen, Leute? Ähm... Ein M ist weg. N ist weg. Ein M nehme ich jetzt. No way. Als ob. Was ist das? Winterlativ. Oh nein. Oh damn. Wir klären das jetzt wie echte Männer. Und zwar mit einer Runde Tic-Tac-Toe. Aber großes Tic-Tac-Toe. Ich nehme hier. Massenkreis. Wer drei in einer Reihe hat, hat gewonnen. Vielleicht ist das auch total einfach. Leute, das ist verdammt spannend. Die Stimmung bebt förmlich in der Luft. Du bist so dumm, ne? Du hättest grad schon gewinnen können, dass du irgendwas hättest. Eine Zweckmühle gab. Dann hättest du hier einen gehabt, dann hättest du den da oder da oben. Das stimmt. Ich wollte es spannend machen. Ja, ich versteh schon. Alter, Leute. Nein, 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 nein! Gewonnen. Ja, ich hab gewonnen, Leute. War abzusehen. Ja, Leute, das war's an diesem Video. Macht's gut. Hallo, Strafung. Max, dieser Kaktus ist sau wertvoll, Mann. Ich kann da nicht reinboxen. Da liegt doch ein Stück vom Kaktus. Junge, emotionale. Ich werde doch nicht in Kaktus boxen. Halte still. Das tut gar nicht weh. Echt nicht? Warte. Ah, du bist Mist geworden. Verfiss dich. Das kann nicht sein. Junge, ich hab Alargie gegen... Ah! Geht mal. Ich boxe noch mal. Ich hab nicht verloren. Ich mach doch... Es tut nicht weh. Es tut nicht weh. Es tut nicht weh. Scheiße. Ja, Leute, das war's vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.